Ich bin Lopata, ich bin Berliner und Unioner und Union war schon immer ein Underdog-Verein. Und das ist doch gut so. Aber dass eben Radfahrer in Berlin immer noch so ein Underdog-Leben führen müssen, das ist nicht in Ordnung. Ich unterstütze den Volksentscheid Fahrrad, weil Fahrradfahren einfach gut ist. Für die Menschen, für die Umwelt, für die Stadt, für Berlin, für die Welt.